Zu Beginn des Films wacht ein Mann namens Day in einem ausgelaugten Swimmingpo auf. Er hat mehrere Verletzungen am ganzen Körper. Er schaut auf seine Handfläche, um zu sehen, dass sie schwer verwundet ist. Auch verwundet. Als Day nach unten schaut, sieht er ein Krokodil, das in sein Bein beißt. Er schreit vor Angst, als die Kreatur ihn zehrt. Die beiden kämpfen, aber Day schafft es, das Tier von seinem Fuß zu treten. Er schleppt sich von dem Krokodil weg und schlägt ihm mehrmals mit einem Eimer auf den Kopf. Ein Hund, der vor dem Pool angekettet ist, bellt, während er das Treiben beobachtet. Das Krokodil dreht sich um und lässt Day allein. Als die Kamera herauszoomt, sehen wir, dass Day in einem tiefen Pool steckt, aus dem es keine Treppe gibt. Schnitt auch vor sechs Tagen. Das gleiche Becken war komplett mit Wasser gefüllt. Day hilft bei einem Fotoshoting im Pool. Ein Sofa wird ins Wasser geworfen, wo ein Model mit Joker-Make-up posiert. Days Freundin Koi kommt mit ihrem Hund Lucky zum Shooting. Day wurde angewiesen, Lucky als Requisite für das Fotoshoting mitzubringen. Day ist Diabetiker, also geht er in eine Ecke, um seine Insulinspritze zu machen, wo Koi ihm folgt. Sie scherzt darüber, schwanger zu sein, was Day verunsichert. Sie nehmen den Hund mit zum Shooting, was sehr gut läuft. Die Crew macht ein gemeinsames Foto und fährt am nächsten Tag ab. Der Tag ist wieder mit Lucky am Pool. Er ist da, um die Nachwirkungen des Drehs zu säubern und den Ort zu versiegeln. Da vor der Reinigung lange niemand da sein wird, ruht er sich auf seinem Schwimmkörper im Becken aus. Days Freund und Leiter des Pools, Mayom, ist auch da und hat sein Gepäck gepackt. Er verreist für die nächsten drei Monate die Stadt und soll sich dort verabschieden. Er zieht einen Hebel nach unten, um das Wasser aus dem Pool abzulassen, und bindet Lucky dann mit einer Kette an eine Stange in der Nähe, bevor er geht. Day bittet ihn, eine Pizza zu bestellen. Mayom stimmt zu und verlässt den Ort. Während er Day sagt, er solle schnell aus dem Wasser kommen, weil er es geleert hat. Day schläft fälschlicherweise auf seinem Floating ein, ohne zu bemerken, dass der Wasserstand im Pool sinkt. Einige Zeit später wird er von Lucky's Bären geweckt. Er bemerkt schließlich den Wasserstand und schwimmt zum Rand, um aus dem Pool zu kommen, merkt aber, dass er zu tief drinnen ist, um herauszutreten. Day versucht, den Pool hinauf zu klettern, ist aber erfolglos. Dabei bricht er sich sogar einen Fingernagel. Dann bringt er das Floating mit, um ihm beim Klettern zu helfen, aber es funktioniert auch nicht. Er schreit um Hilfe, aber die Kamera zoomt heraus, um uns zu zeigen, dass niemand in der Nähe ist. Day's Handy liegt direkt am Beckenrand. Plötzlich fängt es an zu vibrieren und sich zum Rand hin zu bewegen. Der Tag wartet glücklich darauf, dass er fällt, bereit, ihn aufzufangen. Aber genau in diesem Moment stolpert Lucky in den Pool und hängt sich an der Leine an dessen Rand. Day schwimmt zum anderen Rand und hilft Lucky wieder aufzustehen. Mit Hilfe des Schwimmers fällt sein Telefon, wird aber vom Ladegerät aufgehängt. Der Tag eilt schnell, um es zu holen, aber der Wasserstand ist gesunken. Als er versucht, das Telefon zu erreichen, fällt es ins Wasser und funktioniert nicht mehr. Day plant dann, das weitere Abfließen des Wassers zu stoppen, indem er die Abflussventilation mit seiner Robe abdeckt. Gerade als er dazu ins Wasser geht, kommt ein Lieferjunge, um ihm seine Pizza zu bringen. Er sieht sich um und sieht niemanden. Dann ruft der junge Mayam an, um ihn zu fragen, was er tun soll. Mayom rät dem Mann, die Pizza dort zu lassen und zu gehen. Währenddessen bleibt Days Gürtel an der Belüftung stecken. Bevor er aus dem Wasser kommen kann, geht der Lieferbote davon. Day glaubt immer noch, dass ihn bald jemand suchen wird. Ohne groß darüber nachzudenken, schläft er wieder auf seinem Flooding ein. Einige Zeit später kommt Koi am Pool an und bemerkt den Wasserstand nicht. Sie steigt auf eine Plattform und ist bereit, in den Pool zu springen. Als Day aufwacht und sie bittet aufzuhören, rutscht ein erschrockener Koi von der Plattform, schlägt sich den Kopf und fällt in den Pool. Als Day sie herausholt, ist sie bewusstlos. Er legt sie ins Float. Und benutzt die Robe, um zu verhindern, dass ihr Kopf blutet. Es ist jetzt Nacht und der Wasserstand ist gefährlich niedrig geworden. Bisher ist ihnen noch niemand zu Hilfe gekommen. Day versucht, Kois Wunden zu inspizieren und sieht ein Stück ihres Fleisches in seinen Händen. Genau in diesem Moment fängt Lucky an, laut zu bellen. Ein Krokodil kriecht aus dem Wartungsraum und bewegt sich auf den Hund zu. Day bemerkt die Kreatur und bittet Lucky, nicht mehr zu bellen. Bevor das Krokodil Lucky erreichen kann, stolpert es und fällt in den Pool. Jetzt steckt Day mit einem Krokodil und einer verletzten Freundin in einem Pool fest. Die Nacht vergeht und am Morgen ist der Pool vollständig trocken. Koi hat immer noch nicht das Bewusstsein wieder erlangt. Das Krokodil schläft mit offenem Maul auf der anderen Seite des Beckens. Day bemerkt plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in Kois Tasche und stellt fest, dass sie schwanger ist. Überrascht sagt er Kois bewusstlosem Körper, dass alles in Ordnung sein wird. Er inspiziert ihre Verletzung und sieht, dass sie immer noch blutet. Dann nährt er sich dem schlafenden Krokodil. Das eine Klebebandrolle in seinem Mund hat. Maya hatte heute die Klebebandrolle geworfen. Bevor er geht, schafft es Day, das Klebeband aus dem Mund der Kreatur zu nehmen, weckt es dabei aber auf. Das Krokodil knurrt an diesem Tag, aber es rennt zurück zu Koi. Mit der Zeit verwendet er das Klebeband und ein Stück seiner Robe, um Covid-Kois Verletzung zu verhindern und Blutungen zu stoppen. Er hatte einen Eimer voll Poolwasser für sie zum Trinken gesammelt. Day plant dann, die Lüftung des Pools zu öffnen und durch einen Tunnel nach draußen zu kriechen. Er öffnet die Abdeckung der Lüftungsöffnung und geht zurück, um nach Koi zu sehen. Bevor er zurückkehren kann, kriecht das Krokodil in den Tunnel. Day wartet lange darauf, dass es zurückkommt, aber wenn es nicht kommt, geht er das Risiko ein und geht selbst in den Schacht. Dann kriecht er durch den Tunnel und findet einen Ausgang, der von außen verschlossen ist. Genau in diesem Moment kriecht das Krokodil zurück zum Pool und auf Koi zu. Day eilt zurück und zerrt die Kreatur am Schwanz. Das Krokodil greift ihn nicht zurück. Koi erlangt endlich ihr Bewusstsein zurück und ruft nach Day. Sie erzählt Day von der Schwangerschaft, während er neben ihr bleibt. Es ist jetzt Nacht. Koi ruht sich auf dem Sofa aus, das für das Fotoshoting verwendet wurde. Day-Loudis hat Glück, die Pizza draußen zu essen. Der Hund wirft die Pizzaschachtel für seine Besitzer in den Pool. Tag und Koi fressen endlich zum ersten Mal seit drei Tagen. Am vierten Tag geht ihnen das Trinkwasser aus. Day wird bewusstlos und bleibt den ganzen Tag so. Er wacht nachts auf, weil Koi ihn ansieht. Day fragt sie, ob das Krokodil ihr Probleme bereitet hat. Koi antwortet, dass das Krokodil Krokodil ein Weibchen ist, das tagsüber Eiligt. Es beginnt zu regnen und gibt dem Paar Gelegenheit, mehr Wasser zu sammeln. Am nächsten Morgen macht sich das Krokodil auf den Weg zu einem schlafenden Tag, fällt aber in den Schacht, bevor es ihn erreicht. Day schiebt die Kreatur hinein und deckt die Öffnung ab. Dann versuchen die beiden, mit den getrockneten Grasstücken und Day's Gläsern ein Feuer zu machen. Sie kochen die Krokodileier und verschlingen sie. Nachts besteigen die beiden das Sofa und steigen darauf, um zu entkommen, aber sie können die Spitze nicht erreichen. Sie sitzen zusammen und reden über verschiedene Dinge, als Day verrät, dass er wollte, das Koi abtreibt, wenn sie schwanger wird. Ein Koi mit gebrochenem Herzen schlägt Day, als er versucht, sie zu trösten. Sie wissen, dass sie keinen weiteren Tag in der Sonne überleben können. Am nächsten Tag öffnen sie die Entlüftung und das Krokodil kehrt in den Pool zurück. Koi kommt schnell hinein, während das Krokodil zu seinen Eien geht. Als es sieht, dass sein Ei gestohlen wurde, greift es Day an. Aber Day schafft es, in den Tunnel zu entkommen und ihn zu schließen, bevor die Kreatur ihn erwischen kann. Day hat seit mehreren Tagen keine Insulinspritze bekommen und wird krank. Durch die Öffnung sehen sie eine Insulinspritze, die Mayom auf einem Tisch in der Nähe platziert hatte. Day versucht, die Injektion mit einer Drahtschnur in ihre Nähe zu bringen, aber stattdessen fällt sie herunter und zerbricht in Stücke. Das Paar weint vergebens ohne Ausweg. Day bemerkt dann seinen Insulinfall auf dem Boden. Wie sich herausstellte, hatte Mario es bei seinem letzten Besuch versehentlich in die Lüftungsöffnung fallen lassen. Er injiziert sich das Medikament. Später bemerken die beiden einen Fallschirm, der über dem Pool fliegt. Day bittet Koi, den Eingang des Tunnels mit einem Fass zu schließen und geht hinaus, um selbst um Hilfe zu rufen. Als er zurück zum Pool kommt, schreit er, dass der Fallschirm nur ein Kinderspielzeug war. Er schreit um Hilfe in der Hoffnung, dass ihn jemand hört. Ein starker Wind lässt einen drahtgebundenen Kleiderbügel in den Pool fallen. Day versucht damit zu klettern und ist glücklich. Wenn der Draht sein Gewicht hält, verletzen sich seine Handflächen, aber er hört nicht auf zu klettern. Gerade als er den Gipfel erreichen will, löst sich der Draht und er fällt zurück. Ein verletzter Tag wird bewusstlos. Er wacht am sechsten Tag auf und schaut auf seine verletzte Handfläche, genau wie in der allerersten Szene des Films. Das Krokodil zieht Day an seinen Beinen. Er schafft es, sich zu befreien und kriecht zum Sofa, aber sein Bein ist verletzt, also ruht er sich aus, bevor er zu Koi zurückkehrt. Nachts beginnt es zu regnen. Da der Tunnel blockiert ist, beginnt der Ort, an dem sich Koi befindet, zu überfluten. Sie schlägt auf das Fass, um Day zurückzurufen. Day hört sie und kriecht zurück in den Tunnel. Diesmal beschließt er, ans andere Ende des Tunnels zu gehen und findet auch dort eine Entlüftung. Irgendwie schafft er es, sie aufzubrechen und tritt glücklich hinaus. Doch bald überwältigt ihn die Enttäuschung. Es stellte sich heraus, dass die Einrichtung zwei Schwimmbäder hatte und er gerade das zweite betrat. Sie ist genauso tief wie die erste und hat keinen Ausweg. Es ist jetzt der siebte Tag. Zwei Leute kommen zum Pool und suchen wie Toy nach ihrem Fallschirm, aber sowohl Day als auch Toy sind außer Sichtweite. Sie betreten den Pool durch eine Leiter und holen ihr Spielzeug. Das Krokodil ist unter dem Sofa versteckt, damit sie es nicht sehen können. Day hört die Männer reden und um Hilfe schreien, aber als er oben ankommt, sind sie schon weg, aber die Leiter ist noch da. Es fängt wieder an zu regnen, als er auf die Leiter zu umpellt, aber bevor er sie erreichen kann, wird Day von dem Krokodil angegriffen. Der Ort, an dem sich Koi befindet, ist fast vollständig überflutet. Das Krokodil will Day töten, aber plötzlich taucht Koi aus dem Wasser auf und beginnt zu pfeifen. Koi leben zu sehen, gibt Day weiteren Treibstoff zum Leben und er entkommt genau im richtigen Moment dem Krokodil. Day geht wieder auf die Leiter zu, aber das Fass, an dem die Leiter befestigt war, rollt weg und nimmt die Leiter mit. Die letzte Überlebenschance des Tages ist dahin. Genau in diesem Moment zieht Kois Pfeifen-Lucky an, da dieselbe Pfeife verwendet wurde, um den Hund zu trainieren. Day warnt Lucky, nicht zu springen, aber seine Bemühungen sind vergebens. Der arme Hund, immer noch an eine Kette gebunden, versucht in den Pool zu springen und wird am Hals aufgehängt. Ein hilfloser Tag sieht zu und wimmert vor Schmerzen, während Lucky langsam an Erstickung stirbt, hoho. Da verliert Day die Fassung und tötet schließlich in einem Wutanfall das Krokodil, indem er es mit einer Stange ersticht. Day ist nach der Begegnung am Boden zerstört, aber er muss Koi immer noch retten. Er nimmt viel Mut zusammen und tut das Undenkbare, indem er aus dem Schwimmbecken klettert. Mit dem toten Lucky und seiner Kette ist der Tag nach sieben Tagen des Kampfes endlich außerhalb des Pools. Er eilt schnell zu der Öffnung, wo Koi ist und sieht, dass sie vollständig mit Wasser gefüllt ist. Er findet ein großes Rohr in der Nähe und versucht, die Entlüftung zu öffnen. Aber als es sich öffnet, verliert er das Gleichgewicht und fällt fast in denselben Pool. Glücklicherweise schafft er es, sich an der Kante festzuhalten und nutzt seinen Willen, um nach oben zu klettern. Er taucht dann schnell ein und bringt einen bewusstlosen Koi heraus. Zunächst scheint es, als wäre Koi tot, aber nach einer Herzlungenwiederbelebung und viel Mühe gelingt es ihm schließlich, sich zu retten. Der Film endet, als sich die beiden endlich umarmen. Abonniere jetzt den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, he, ungelöst hier.